Also wir würden keinen Vorteil davon haben, die Dinger zu automatisieren, außer vielleicht wenn ich später für alle eine Pull-and-Upgradete-Draconic-Rüstung herstelle, aber selbst da brauchen wir es nicht. Da setze ich mich halt eine Stunde länger hin. Lass doch Melvin für dich arbeiten, der hat auch nichts zu tun. Ja, aber die Automatisierung wird Melvin auch nicht hinbekommen, mal eben so. Stimmt, erstmal muss sie ihm den Mod erklären, das dauert fünf Tage. Fünf Tage? Das Problem bei der Mod ist, dass du erstmal herausfinden musst, von welcher Seite du welchen Injektor ansteuern darfst und von welcher Seite nicht. Also mein Injektor kommt immer von unten ran. Ist dein Injektor auch ein Crafting-Injektor? Also wenn man es gut anstellt, dann craftet er ein Kind, ja. Oh. Benutzt du gerade die ganze Zeit die Wyvern-Cores? Äh, ja. Okay, gut. Ich habe auch exakt so viele gecraftet, wie ich brauche. So. Und meine noch dazu. Äh, Wyvern oder Draconic-Cores? Äh, Wyvern. Da habe ich mir vorhin nicht so viele gecraftet, wie ich brauche. Und bevor du hier hochkommst, hat er das gemacht. Äh, okay. Ja, ich habe doch gesagt, wir haben keine Diamanten. Ich hatte die nämlich schon. Du hast es wahrscheinlich Draconic-Cores. Nein, jetzt habe ich... Ach nein, jetzt habe ich doch nicht, bitte. Für die brauche ich... Oh, jetzt habe ich den falschen Chor gemacht. So ein Scheiß. Ja, Draconic-Cores brauchen wir andauernd. Na, okay. Ach du Scheiße, da brauche ich... Ach, die habe ich ja noch. Das fetzt. So, genug gechiselt. So, jetzt machen wir was. Bleib mal produktiv, mein Name. Haben wir noch... Ich mache es aber gleich auf. Nee, du... Haben wir noch irgendwo, ähm... Deine Insel, oder? Stars? Ja, was haben wir? Stars? Hm. Äh, kann ich uns gleich welche besorgen? Äh... Ich muss nur eben ein paar... Sachen fixen, die ich hier falsch gemacht habe gerade. Das war falsch. K.O. The King's Law. Eye of the Flügel. Kann ich gar nicht craften, warum? Ja, weil das die Gaia-Dinger sind. Die kriegst du von Gaia gedroppt. Was ist Scheiße? Eye of the Flügel? Ist das nicht Tiger? Also... 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 Also, ihr wisst, was ich meine. Ja. Achso, ich müsste vielleicht... Das ist ein Relikt, Eye of the Flügel Relikt. Vor allem, wieso steht Flügel auf Deutsch da? Weil die Dinger auch Flügel-Tiara heißen. Okay. Wie viel Schaden macht der Crystal Bow? Steht nicht dabei. Schade. Hm. Wie produzieren wir Stars? Was? Wie produzieren wir was? Nassar Star? Äh, zeig dir. Achso, Heimat und... Äh... Äh... Elementium Helm... Ist das nicht das von... Ah, okay. Nee. Doch, Elementium Helm. Zwei Arme. Elementium... Hä? Hast du mitgezählt, wie viele das jetzt waren? Da sind vier Stück drin. Es sind mindestens sechs. Also, mir wären vier angezeigt. Ja, mir allein schon sechs. Und ich hab mich was für ihn reingeportet. Ah, okay. Ich verstehe. Hier wird man dann... Und sonst... Tränen. Und das. Und das. Hm, okay. Da bleib ich raus. Vorerst. Weg hier. Sag mal Bescheid, sobald die down sind. Siehst du überhaupt meine Maske? Ja. Cool, hä? Was ist das? Keine Ahnung. Die heißt... Ich kenne mich ein bisschen an Zelda oder so. Eerie Mask. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Ich spiele gerade ein bisschen mit Botania rum. Rere. Rere. Zynastik. Rekwither. Zeldokavira. Gesundheit? Ja. Denk ich mir grad auch so. Erzähl grad die Wözer auf, die ich gerade noch bekämpfe. Achso. Ach, deswegen hat's so gelegt. Ja, ich leck doch nicht, oder? Ja. Ein bisschen. Na, da brauch ich jetzt erstmal nicht. Und so war neun Wözer sind alle tot. Okay. One we nine. Das, das... Der hat dir jetzt besonders Spaß bereitet, der Spruch, oder? Ja. Das kann ich doch an meiner Deko-Bench machen. Hier. Äh... Alter, was willst du denn jetzt? Hier vorne. Melvin, was willst du mit deiner Deko-Bench, sage mal? Mach mal was Produktives. Du könntest mir zum Beispiel hier grad mal helfen. Bei was? Das ganze der Gold-Ort-Chunk mal hier rausholen aus dem ME. Warte, ich tu dich gleich äh... Links hier äh... Warum bist du gelähtet? Dann auf dem ME nicht zugreift. Ja, warte. Jetzt aber auch. Und ich muss trotzdem gleich auf. Ach, du faule Stück. Ey. Du bist ein faules Stück, ey. Das ist nicht... Das ist nicht nett. Nein, ey, du bist... Das ist völlig falsch. Es ist kein faules Stück. Es ist ein perverses faules Stück. Stimmt. Ja. Bin ich mal pervers. Na doch. Wir können ja mal die Sarah fragen, was ihr so immer sagt und redet und schreibt und so. Da kommen bestimmt bloß perverse Sachen raus. Nee. Flieger. So. So. Ein dummer Enderman. Dummer! Enderman. So, das brauch ich. Und was brauch ich dafür noch? Äh. 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 Das... Äh. Ist das gleich voll mit Gold, ey. Ich weiß nicht mehr, wo ich meinen Zettel gebrauchen hab. Wir sind schon... Wir sind schon wieder am gleichen Crafting Grid. Ja, ich brauch's aber gerade nicht mehr. Ich brauch jetzt noch den, äh, Infuser. Mal kurz auf, Karl. Ich muss mal meinen Zettel suchen. Joa. Das passt halt einfach alles nicht in die Goldkiste, äh, in die Diakiste rein ernsthaft. Mal hin. So, da ist mein schlauer Zettel. Das war jetzt ein Fehler. Warum? Warum? Ich brauche, äh? Ach, Dias. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, 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 fünf. Ach, nein. 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 Die wird von mir so hart durchgenommen jetzt gleich, wenn ich hier fertig bin. Nein. Lass mich mal am Inseln rufen. Du wirst dir wünschen, nie offline gegangen zu sein. Wenn ich's nicht vergesse. Wow. Dann vergess's mal. Okay, die Rustruf ist ein bisschen sehr freit. Ja. So, jetzt vergesse ich's erst recht nicht mehr. Jetzt hast du den Salat. Ja. Also, wenn du mir schon so kommst, ne? Wenn du mir schon so kommst, ne? Ja, dann vergesse ich das erst recht nicht, so. Hm. Mach's doch nicht. Warum hab ich den verkackten Goldblock drinne? Den brauche ich nicht, so. Ich hab bald mehr Gold als Eisen. Warum funktioniert das jetzt schon wieder nicht? Ne, Melvin, du wirst deine Insel lieben, wenn ich damit fertig bin. Das war immer du. Genauso wie heute, oder was? Na komm, die Boobs hast du doch geliebt. Du bist online gekommen und ich kann mir vorstellen, du hast dann den ersten Boobs, den du gesehen hast, dann genüggelt. Nein. Zum Kleinkind. Warte. Und dir dann so vorgestellt, boah, Sarah, sind die weich. Alter. Was geht eigentlich falsch bei dir? Du, ganz ehrlich? Ich bin Single. Ich glaube, der ist selber ein bisschen sehr untervögelt. Ja, ich bin Single und ich hab's seit ewig nicht mehr und so. Ah, ja. Wird mal wieder Zeit. Aber wenigstens gibt das zu. Ja, warum sollte ich's nicht zugeben? Also... Was? Da hat jemand im Hintergrund Stimmen. Ja, wir wissen auch wer. Hm? Hm? Ich geh's mal nicht. Ne, aber hast du das nicht gehört? Doch. War nicht. Also, die Stimme war bestimmt für Melvin bestimmt. Du musst ganz früh aufstehen, Melvin. Geh ins Bettchen. Warum? Weil Papa das sagt. Sonst kommt er mit nem Knüppel vorbei und schlägt dich. Stimmt. Ja, aber Melvin, du kannst auch mal vormittags auf den Server kommen. Du musst dich von früh um, du musst dich von früh um achte an bis abends, äh, hier auf dem anderen Server sein. Es ist... Es ist... Für mich kommt's halt drauf an, wie viele Spieler da grad drauf sind. Warum? Wenn fünfe draußen spielst du, und zehne draußen spielst du nicht? Nein, nicht so rum. Du kannst mir nie erzählen, dass früh um... Leute, ich muss gehen. Tschüss. Tschüss, tschüss. Oh, okay. Du kannst mir nie erzählen, dass früh um sechste schon ein massig Spieler dort ist. Ey, ich hab jetzt ne Dierkiste und zwei Goldkisten angeschlossen und das Gold passt immer noch nicht alles rein. Willst du mich grad verarschen hier? Dann, man sieht sich. Alles klar. Bis morgen. Ich muss noch ne Kiste an... Ey, das kann... Obwohl nehmen muss ich nicht. Nur das schmelze ich dann durch. Äh, so. Ich war nicht schon mal vor, hast du noch ein Jetpack? Nö, ich bin aber grad auf meiner Insel. Äh, es könnte später sein halt, dass ich nochmal... Ja, sagst du vorher nochmal Bescheid und da passt das. Ich will mir ja jetzt hier Terrastiel pflanzen oder Hühner machen, mal gucken. Jo, ich muss halt grad nur noch, äh... Ich werd's jetzt nicht auf Anhieb direkt schauen, weil ich weiß jetzt schon, dass ich vorher einmal... Sachen herstellen muss. Okay. Ich brauche, jetzt muss ich kurz rechnen, ich brauche vier mal zwei sind acht Nether Stars. Okay, ich brauche die roten Seeds. Da haben... Jetzt brauche ich diese roten Dinger. Da eins, zwei, drei, vier... Und ich hab die Terrasti Seeds. Okay. Hm... Wird's das? Danke, danke. Ich brauche acht Emeralds, die hab ich. Aber du kannst ja auch nicht so einfach die äh... Terra Steel Sachen machen. Du brauchst ja... Die Terra Steel sind schlechter für den Kampf. Nö, ich will sie halt einfach bloß haben, weil... Die geil aussieht. Ne, aber du brauchst dann die Mana Steel Sachen dafür und du brauchst Runen. Und für die Terra Steel? Ja. Für den Helm brauchst du zum Beispiel Runen of Spring. Wow. Ja, das ist... Ja. Äh... Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte neue Wither spawnen. Ach, der war mir irgendwie drin. Aber warte mal, der Nether ist doch jetzt offen. Jetzt können wir ja auch die Charts Clips öffnen. Mhm. Läuft. Da muss ich mir doch nochmal ein Jetpack craften. Oder einen zweiten Angel ringen. Sicher, sicher. Mhm. Da ist der Ring of Crow. Ja, das geht jetzt hier voran. Ja, das geht jetzt hier voran. Ja, das geht jetzt hier voran. 18... 19... 20... Äh... Der Oskar? Wie alt ist der denn? Weil ich habe jetzt im Hintergrund bloß gehört, dass er früh aufstehen muss. Äh... Ja. 15 oder so. Ne, äh... 17. Was? Ja, 17 ist er. Der hört sich aber bei weitem, ey, da an. Ja. Das läuft bei ihm. Mhm. So. Und Wetter klatschen. Das läuft bei ihm. So. Du kannst dich aufladen. Und hier kann man das, wie erst das Ding herstellen. Sehr schön. Ja, da haben wir 10 Terra Steel. Ähm... Terra Steel Helm of Revelling. Oder den normalen Terra Steel Helm weg. Was ist denn das? Silvan Hood. Kann man nicht herstellen. Dieser Aufsatz für den Helm. Oh, warte, ich habe ja gerade nichts mehr. Welches von den Aufsätzen für den Helm? Ne, äh, hier gibt es von Rods, äh, eine Rüstung, die hier ist Silvan. Die kann man nicht herstellen. Ach so. Loots habe ich, kenne ich mich gar nicht mit aus. Och, das... Die Mod werde ich auch noch durchstehen hier. Äh, jetzt brauche ich... Habe ich noch Mana Steel? 26, wow. Hm, wieder ein bisschen Mana produzieren. Magnetring vorher rauswerfen, sonst bringt das nichts. Ich könnte mir aber noch ein paar Pflanzen mehr machen. Mana kann ich trotzdem herstellen. So. 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 Ah, dachte du bist da drauf. So. Dann stellen wir uns noch ein paar Terras Decids her. Ich brauche erst einmal die roten. Jetzt fehlen wir diese blauen Teile. So. So. 1,2,3,4. 1,2,3,4. Äh. 1,2,3,4. 1,2,3,4. 1,2,3,4. Ja. Weil eben 17 Neather Stars auf einmal produziert, immer gemacht. Also 17 Leather, Wilder. So jetzt haben wir dafür 64 rote, 1, 2, 3, ich brauche nur 3 von jedem. Und dann brauche ich das Awakening-Cast, oh f**k. Oh, jetzt muss ich auch keinen-Cast. Die lässt sich auch kraften, die sind mittlerweile zu dumm. So, da haben wir die erste Essenz. Davon brauche ich, wieviel brauche ich von den Alkos? Ach, ne, vier Stück. Perfekt. Eins, zwei, drei. Hey, Max, hast du das? Und die nächsten Seats läuft. Na 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 na. Äh, dann die Hose. Hä? Wieso fehlt jetzt hier auf einmal Mana? Ich war jetzt nicht bei dir drüben. Wieso standen die Mana-Pools auf Mana rausnehmen? Das kann ich aus Versehen gemacht haben. Nehmen die nur raus, wenn sie ein Mana-Tablet bekommen. Ne, bei dem eben ist gerade Mana verschwunden, das ist es ja halt. Ist der Antiportal angeschlossen? Ja, bei dem, was verschwunden ist, der steht beim Portal, der Mana-Pool. Ne, dann liegt es daran, dass der das Portal auch gesorgt hat. Ach so. Das Portal ist nicht ausgegangen, weil der andere noch genug hat. Ja, das andere Ding ist aber auch leer. Und das Portal ist noch an? Ja, aber ich war jetzt bei dem Mana-Pool, der weiter weg ist. Das war jetzt instant leer. Ja. Naja. Äh, ich brauch... Ich muss sowieso wieder neues Zeug herstellen. Mh... Oh ja, voll... Mit dem Schild kann ich auf jeden Fall gegen den Wither kämpfen.